ja moin leute willkommen zurück zu einer neuen folge von star wars hier die fallen oder wir sind auf jenna gelandet haben das wesen im sand etwas ganz gut überstanden obwohl wir auch zweimal abgekratzt sind unseren sturmtruplast befinden uns jetzt quasi in den oberen ruinen und mal auf die map genau hier war das monster im sand ja hier geht es runter und irgendwann irgendwo mal und wir befinden uns jetzt hier oben und müssen erst mal geradeaus den weg folgen warte mal wie viel sammlobjekte geht es hier es gibt hier oben warte mal 10 es zählt immer noch zusammen 19 ok tatsächlich scheint scheint noch zusammen an er doch das jetzt 10 19 ok und das sind 0 5 dann im unentdeckten gebiet von mich darüber oder muss ich da runter und noch bestimmt rüber oder yes wo wir denn lang gehen können ok an diesem wo sind sie denn nach da wo sind sie denn Machen wir es so. Machen wir es so. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Kerk, Herstis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorn. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Hallo, Lisa. Ich hab leider immer noch keine Kekse dabei. Versuch, Schritt zu halten, Jedi. So, Schwester der Nacht Merrin. Die Schwester der Nacht Merrin taucht eine lange Reise durch die Galaxis. Unerwartet wieder in Kells Leben auf. Warum sie auf Jedi ist, bleibt unklar. Naja, vielleicht einfach, weil sie da Bekannter hat mit Seer und meiner Wenigkeit dann oder so. So, dann... Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Ah, der Flammenbärker. Ah, der Flammenbärker. Was machst du da? Bleib vorsichtig! Du kannst dich bestimmen! Das war's dann für Sie. Kel, die Wand! Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Aha. Bleib wachsam! Oh, schade, Alice. Erledigt! Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Okay, Merrin, wo lang? Da oben lang. Ich hab ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Perfekt! Warte mal, hatten wir da unten noch was? Irgendwo, wo die durchgekommen sind? Nö, also komisch, dass da auch so eine zur Wand ist. Wenn sie auf jeden Fall eine Tür hinmachen können, dann könnte man vielleicht annehmen, dass da Leute herkommen können, aber okay. Ich dachte, du reist durch die Galaxie. Was machst du auf Jedha? Jedha ist ein Teil der Galaxie, Kel. Gut zu wissen. Ich besuche Sier von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Genau, ach, das war wieder nur diese Rolle. Das ist jetzt irgendwo davor, warte mal. Mal gucken. Ich muss auf die andere Seite. Erst mal, warte mal. Ich muss doch hoch. Ah, für eine Truhe. Schöne Sache, schöne Sache. Ja, die andere Seite, ne? Das ist... Ja, da, ne? Machen wir den einfach mal runter hier. Das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Sturmtruppen, wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Bleib wach. Das hört sich gut an. Das ist zurückkommen und den Wiederholen. Wie kommst du darauf? Das ist nur ein Speeder. Doch dazu ziemlich verbeulen. Es ist ein langer Fußmarsch von hier. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf einer Shadda. Richtig. Du gehst vor, Kerl. Ganz was Neues. Und den will ich eigentlich gar nicht. Sondern den hier. Ja, das war jetzt doch nicht... Nicht gerade schwer. Haben wir irgendwas Neues zum Interagieren hier? Oder vielleicht sogar noch eine Truhe, bevor wir... ... damit ihr Händchen halten gehen? Ne, also es sieht tatsächlich nicht doch noch aus. Können wir doch mit ihr interagieren. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist es jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Besser denn? Ist das jetzt ein Scherz? Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Da. Kannst du es sehen? Ja. Oh, hi. Ich wollte gerade schon runterziehen, weil ich dachte, wir wären ein Sturmtruppler. Ähm. Oh, scheiße. Tschüss. Ähm. Wie machen wir das denn hier? Gute Frage. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Aha. Du kannst es immer noch. Die Idee ist ein bisschen langsamer. Das war ein Witz, Droide. So, da hinten ist... Probieren wir mal, oder? Ah, Mist. Da komme ich nicht so weit. Oder vielleicht? Nee. Tatsächlich, da komme ich nicht ganz so weit. Da muss ich mir vielleicht was anderes einfallen lassen. Hier durch. Du steckst doch nicht fest. Ach, Seth, Spucke. Der Weg ist versperrt. Ich mach schon. Oh, pass auf! Ups. Willst du mich umbringen? Tut mir leid. Ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, dass du ins Chaos gestoßen hast. Man glaubt nicht. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datumir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort. Doch ihre Weisheit bleibt. So. Das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Hier habe ich zwei von fünf. Und hier habe ich null von zehn. Die Hallen von Granville. Muss ich auch mal gucken, wie das da ausschaut jetzt mit denen. Boah. Na ja. Da muss ich jetzt Wandlauf. Wandlauf. Und springen. Okay. Ah, einmal rumlaufen. Oder, ja. Rumlaufen. Ja, weniger. Ne, mal die Klettervariante. Oh, hallo, Merin. Schön, dich zu sehen hier. Ah, die Spamile. Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Ja, was wird wärmer. Ähm. So, da gehen wir gleich durch. Wo muss ich mal das Echo erst mal hier ab? Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Attackierte Pilger. Eine Gruppe von Pilger wird auf ihrer Reise von einer Kreatur attackiert. Anschließend bitten sie die Jedi um Schutz. Und dann haben wir das nächste Sammlobjekt. Ups. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ja, da komme ich nicht durch. Ich werde jetzt erstmal eine Runde meditieren für mich. Eigentlich, ja. Nur ausruhen. Ausruhen und weiter geht's. Den nehm ich mir denn vor. Hör mal den da. Hör mal den da. Hör mal den da. meiner okay vielleicht doch keiner wieder nichts neues zum scannen warte mal da können wir einen wandlauf machen da sind wir runtergekommen genau hier im wandlauf das ist nicht der weg zu sich ich weiß nur schnell ansehen ich bleibe hier da kommen wir hinten da kommen wir hoch da ist perfekt wunderbar vor allem das zieht denn sie ich habe die gesamte galaxis bereist erinnerst du dich wie könnte ich das vergessen kannst du dich darum kümmern natürlich das zieht diese ganzen fähigkeitspunkte nach oben ja das vorbei lässt sich ja mal anstrengen können junge die gleich treffer junge sehen wir es uns an alte ruinen die alte zivilisation die sie diesen ort gebaut hat ist längst untergegangen aber noch immer reisen bilga zu diesen ruinen um sie zu studieren und und Okay, man. So, macht man es. Oh. Dank dir. Fein gemacht. Ich weiß, sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Ach, da oben geht es weiter. Könnte ich? Hallo. Vielleicht kann jemand in C.S. Basis was damit anfangen. Händen ist der Truhe. Oh, 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 oh. Okay, moment. Kann doch hier Wand laufen. Sehr schön. Undercut. Gut. Es sind ja schon sechs Sammelobjekte. So, jetzt bin ich da oben. Jetzt muss ich erstmal wieder runter. Und dann von hier hier oben drauf. Okay. Ah, da ist, genau. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst. Er ist heutzutage selten in der Galaxis. Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Sier vielleicht. BD sieht ja aus wie Cal. Ach, da unten. Boah. Ich weiß, dass dieser Jedi nichts Gutes bedeutet. Geht mal näher. So, du solltest dich los. So. Irgendwas Interessantes? Sie sehen aus wie Jedi. Alte Krieger. Ein Wandgemälde, das einen Krieg in alter Zeit zwischen Machtnutzern und einem unbekannten Gegner darstellt. Einige Figuren erinnern stark an Jedi. Sier sagt, Jeddah war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. So, ist das schon wieder ein anderer Bezirk? Ne, tatsächlich nicht. Also, wir sind immer noch in den Hallen von Renville und haben nur noch zwei Sammlobjekte, die wir holen könnten. Wir haben hier sogar Werkbank. Aber den nutzen wir jetzt auch erstmal wieder nicht. Können wir nach wie vor alles, so wie es ist. Da ist die Oase. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ein Echo. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Ein Jetpack-Troopler. Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Seers Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. So, da ist eine Abkürzung. Ja, da kommen wir wieder. Ja. So, jetzt können wir scannen. Ein Truppler. Jetpack-Troopler. Also, die kann ich jetzt dann auch in dem Dingens einsetzen. In dem Game. Kann nur in kurzen Schüben fliegen. Schließe die Lücke und greife an, wenn er zu Boden zurückkehrt. Du kannst ihre Granaten mit Machtschub zu ihnen zurückwerfen. Einige Planeten in dem immer größer werdenden Einflussbereich des Imperiums sind nicht durch konventionelle Bodenangriffe zu erobern. Der Jetpack-Troopler kann mit dem Kurzstrecken-Booster-Pack ansonsten unpassierbares Gelände überwinden. Er nutzt seine Spezialausbildung und Ausrüstung, um Stellung auszukundschaften und kann im Rahmen eines Frontalangriffs die meisten verschanzten Infanteriepositionen einnehmen. Jetpacks neigen allerdings bei Beschädigungen zum Ausfall und können überhitzen. Muss ich nach unten? Oh wei. Da unten sind Leichen. Wow! Das waren Skryden unter der Erde. Sieh dir das an. Skryden. Manövriere dich auf seine schwächere rechte Seite und attackiere seine verwundbare Flanke. Wenn du die große linke Klaue ausschaltest, wird die Kreatur angreifbar. Aber diese Taktik ist überaus gefährlich. Jedi ist die Heimat zahlreicher gefährlicher Kreaturen. Aber nur wenige sind so gnadenlos und unberechenbar wie das Skryden. Die linke Klaue, der in sich schiefen Kreatur ist, ist gewaltig und besonders stark. Sie kann nicht nur problemlos ihre Beute vernichten, sondern auch mehrere schwere Angriffe widerstehen. Die Bewegungen des Skrydens sind sprunghaft und unberechenbar, was ihn zu einer der tödlichsten Kreaturen auf dem Planeten macht. Was? Ja, also der Skryden. Mal schon gesehen. Brutales Viech jetzt. Und vielleicht kann ich den dann auch in der Holy-Taktik einsetzen, mit Sicherheit. Die anderen Monster kann ich ja da auch einsetzen. Ich bin da in Skryden. Hilfst du mir? Muss ich? Danke. Sieh, wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Irgendwann jetzt Kreaturen-Baus scannen oder so? Oder geht das nicht bei BD? Nee. Das Sparmehl. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Machen wir gleich. Schauen wir uns mal erst hier um. Bist du müde? Ich sehe mir nur alles an. Das sind drei Sammelobjekte, die es auch hier zu holen gibt. Ich frage mich, was Sparmele fressen. Was frisst du, Tierchen? Ah, guck mal. Da hinten ist ein Echo. Der Sturm kommt näher. Wir müssen gehen. Eine Oase! Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Gerettete Pilger! Drei Pilger finden eine Oase, die sie vor dem sicheren Tod rettet. Sie führen diesen Akt der Gnade auf die Macht zurück. Der Akt der Gnade. Ja. Vielleicht kann jemand in CS Basis was damit anfangen. Okay, das waren schon zwei Sammelobjekte. Eins fehlt noch vielleicht. Tauchen. Oder so. Tauchen geht nicht. Das Gewässer ist viel zu flach. Das Gewässer ist und bleibt tatsächlich sehr flach. Dann fangen wir uns auf der anderen Seite noch einmal um. Ja, hier ist vorbei. Wo ist denn jetzt die letzte Sammelobjekt? So, in der Hülle des Skrinds vielleicht. Aber das habe ich ja auch alles durchgesucht. Ja, da habe ich alles durchgesucht auch. Ja, ey, die erschreckt einen immer, wenn die da sich hinzaubert. Okay. Dann. Okay. Dann. Unter Wasser wird nichts sein. Ja, dann können wir, glaube ich, zähmen. Ja. Ja. Na also, Kumpel. Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Na los. Reise zu Sears Basis. Ja, jetzt komme ich natürlich da hoch und dann wäre hier wieder... Ah, das ist wieder ein anderes Gebiet. Was ist da oben? Ah, das ist eine Einwandtür. Okay, warte mal, kriege ich die vielleicht auf dort? Das können wir jetzt schauen. Guck mal, cool! Da haben wir es doch, das dritte Sammlobjekt. Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaya. Die Galaxis leiden. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Ruhig. So, hier können wir auch mal kurz einen absteigen. Oder? Wenn das geht. Geht das? Oder? Nee, geht nicht. Ich kann hier nicht absteigen. Nee, auch nicht. Da ist bestimmt kein Rückweg da. Kann ich. Ich sterbe hier noch. Ich sterbe noch auf dem Tier, sag ich. Nee. Was ist denn das? Was sagt denn meine Map? Besser wäre eine Variante, hm? Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege gehen. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Blöd. Ich komme gar nicht runter von dem Tier. Ich könnte so viele Sachen hier auch erledigen. Zum Beispiel die Abkürzung noch freischalten. Geht nicht. Nur die Ruhe. Sparmilfreund, geht das nicht schneller? Okay. 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 Wir müssen uns beeilen. Schneller. Oha. A-T-S-T's. Oh, der Sturm. Oh, er ist da. Sparmil hat Angst. Es wird sich. Yo. Yo. Oha. Maren! 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 Kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht bei dir. Ich sehe, wo gut wie gar nichts hier, irgendwie. Kann auch kaum was machen. Cam, kannst du mich hören? Hier lang! Maren! Hier kommen! Du bist okay. Vorerst. Hier lang. Schnell! Woher jetzt? Wir müssen in Belegung bleiben. Oha. Schnell, Cam. Vorsicht! Höchst! Ah! Alles in Ordnung? Alles bestens. Wir müssen irgendwo Schutz finden. Wo ist das Sparmil hingelaufen? Das spielt jetzt keine Rolle. Ich würde sagen, der Todesstern hat Einzug erhalten. Wenn man Jera vernichtet hat. Hallo. Hier bitte sofortige Abholung. Wie laufen meine großen Kassen? Ich kann nicht mal meine Hand sehen. Bitte wiederholen. Die Verbindung bricht ab. Hallo. Komm mit dir! Ich bin da, Cam. Sie tut nicht die Nähe. Nein! Rück vor uns. Macht sie fertig. Ja! Okay. Helm! Okay. Helm! dass sie sich gerade versteckt ich hab die doch versucht zurückzuschleudern okay Ich bin nur um. Hörst du das? Das ist doch nicht etwa. Das Sparmehl muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Das Sparmehl hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und ähm... Ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Einen Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Kel. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber. Nächten wie dieser. Ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Kerl. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf denen ich stehe. Datumir bleibt natürlich meine Heimat, aber... Es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber... Jetzt, wo wir hier sitzen... Glaube ich, du hast das Richtige getan. Und jetzt, wo wir hier sitzen, Ja, kleine Love Story mal im Star Wars Universum Du hast eine Stelle übersehen Weißt du, was mich da immer überraschen würde? Wenn die Kinder kriegen, dann möchte ich nicht auf deren feindlicher Seite sein Jedi und Hexe Oh Meteorologie auf Jedi Ja, hier haben wir sogar einen Speicherpunkt Schau mal Dann gucken wir mal, was wir für die zwei Punkte anlegen können in den Fähigkeiten Lichtschwert Lichtschwert für den Kampf Strudelsprung L1 und Viereck Das finde ich bewegen, okay Haben wir hier Aufziehender Sturm Alte Dreieck Kleinen Bereich Magnet anzuziehen Mehrfache Reflexion Verbesserte Beinarbeit Flak reicht jetzt weiter Sturmhieb So Ja, nur das wird mit einem D geschrieben und mit einem H hier Dann kommen wir wieder mit dem Jedder aufs gleiche hinaus Auf jeden Fall ist es Wüste Sturm Ja, es ändert sich nicht viel So Ist das jetzt alles zu hier oder würden wir theoretisch rauskommen? Ja, okay, aber das jetzt laufen Das bringt rein gar nichts Das muss ich beim zweiten Mal beim zweiten Besuch dann denke ich mal erledigen Was haben wir denn da? Oh, das sieht mir nach Stimmbehälter aus, oder? Was ist das? Das ist ein Stimmbehälter Yes, Nummer 6 Noch ein Stimm Hier, bitte Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt Ja, das haben wir Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben Wie lange bleibst du auf Jedder? Ich weiß nicht Aber ich freue mich auf Grease Wie geht es ihm? Nicht schlecht Er hat eine Kantina eröffnet Heilungs verlohen Er hat ihn nach seiner nur Großmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie Oh, ich bin schon oben Das hätte ich jetzt nicht gedacht Aber okay Habe ich gar nicht gesehen, dass ich dann schon oben bin Nach dem zweiten Mal Wandlauf dort Ja, da Habe ich schon ein Problem, worauf zu kommen Okay Dann nehmen wir doch glatt mal den Weg gerade ernst Da oben ist mir eine Abkürzung Hallo mein Freund Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen Meister Cordova Welch eine Ehre Ich Nie gehofft, euch kennenlernen zu darf Die Ehre ist mein Kerl Die Ehre ist mein Kerl Euch hinein begleiten Meister Cordova Habt ihr die Seifo gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges Die tief in die unbekannten Regionen führen Tut mir leid das zu hören Nicht zu ändern Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag Andere Überlebende Jäden zu suchen Diese Suche führte mich zurück Zu meinem alten Schüler Ich bin noch hier Okay, das ist ein Was ist das? Fahrstuhl Das klingt nicht gut Ein paar Schrammen Aber ich atme noch Und ich freue mich darüber Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten Über einen Jedi Terroristen Auf Coruscant gehört Du warst auf Coruscant? Also, die Mantis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen Du solltest die anderen sehen Okay, schauen wir mal kurz uns umsofern wie das geht Ja, ich weiß Cordova Aber ich hätte jetzt nicht gedacht Dass ich ausgerechnet Cordova hier treffe Ich dachte immer Das wäre wirklich so eine Vision Aus Teil 1 Die sich Ja Die aus den alten Tagen der Republik bezieht Nicht? Da ist natürlich schon einiges her Willst du das Archiv nicht sehen? Ne, manche Sachen muss ich auch nicht sehen Ist gut versteckt Und ja Die Präsenz des Imperiums Ist in den letzten Jahren gewachsen Sie sind viel zu stark Für einen direkten Kampf Aber wir tun was wir können Natürlich ist es entscheidend Dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt Welche Arbeit genau? Du fragst sie ja besser selbst Bis dahin begrüßen Meryn und ich Die Neuankömmlinge Und Wie war die Wüste? Kalt Stürmisch Und so viele Imperiale Tatenbank Eno Cordova Nach einer erfolglosen Reise Um die Zefu zu finden Ist Eno Cordova Zu seiner ehemaligen Schülerin zurückgekehrt Fest entschlossen Sich nach Kräften zu unterstützen Sie nach Kräften Ist mein Lieblingswetter Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt Unser Sparmilfreund hat uns den Weg gezeigt Du schließt neue Freundschaften Wo immer du hingehst Vielleicht ein Überlebensinstinkt Ich habe Imperialen Funk abgefangen Dein Ruf Hier geht's nicht weiter Grease muss in der Küche sein Wir treffen ihn später Meister Cordova und ich warten auf Grease Sprich mit Seer Was sieht mir so leer aus Die Basis Also nur wir drei Was sie oder was Oh Das ist vielleicht doch ein paar mehr Versuch's weiter Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt an Kerr Kestis Willkommen auf Jedha Ich wusste der Sturm würde dich nicht aufhalten Ihr baut die Tempelarchive wieder auf Wir versuchen's Solange dieses Wissen existiert Wird das Vermächtnis der Jedi Überleben Es ist unglaublich Aber etwas sagt mir Dass es hier nicht nur um Holo-Bücher geht Ja Wir sind Teil eines Netzwerks Es heißt der versteckte Pfad Wir bieten den vom Imperium verfolgten Sicheres Geleit und eine neue Identität Zu ihrem Schutz Vom Imperium verfolgten die Wie überlebende Jedi Nur wenige von uns sind übrig Aber ja Außerdem Machtbegabte Und ihre Helfer Wieso weiß ich davon nichts Du hast nie gefragt Außerdem Sagt man du willst nach ganz oben Auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen Ich wollte der Galaxis beweisen Dass das Imperium nicht unverwundbar ist Dass du dich wehren kannst Dass du kämpfen musst Damit es besser wird Aber dann hören sie auf die Propaganda Und glauben trotzdem frei zu sein Tja Du hast einen schweren Weg gewählt Ja und ich hab dennoch nichts erreicht Nun Während das Imperium hinter dir her war Konnten wir dieses Netzwerk aufbauen Verbünde zu finden Und Leben retten Als ihr gegangen seid Ich dachte ihr gehabt auf Ich lag falsch Kerl Du warst noch ein Kind Als sie dich in den Krieg geschickt haben Es gab mal eine Zeit Ich erinnere mich gut In der die Jedi mehr waren Als nur Waffen Aber Wir haben beide unsere Aufgaben In diesem Konflikt Deswegen bin ich hier Sia Ja ist denn das zu fassen Hey Sia Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter Aber auch ein wenig unheimlich hier Es ist schön sich zu sehen Gries Hallo Hallo Okay Aber okay 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 Und Wie war es in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört Das ist ein geringer Preis Für eine sichere Ankunft Und wer ist das? Das Ist Baudacona Er ist ein Freund Schön euch endlich kennenzulernen Oh Achtung Großer Typ Großer Ärger Hey Endlich wieder vereint Ja Schön Was führt euch nach Jedha? Wir suchen einen verschollenen Planeten Ternalor Sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss Unser Archiv ist längst nicht vollständig Aber Meister Cordova wird sich der Sache an Mit Vergnügen Das Problem ist, dass wir nicht die einzigen sind, die diesen Ort suchen Ich wusste, dass es zu einfach klang Sein Name lautet Dagan Gara Er war ein Jedi Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an Es gibt einen alten Tempel dort Dagan will ihn zurückerobern Ein Jedi Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben Ich glaube, ich habe da was Oh, zu freundlich, BD Zuerst die schlechten Nachrichten Oh Mann, der kennt sein Publikum Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo Abyss gefunden Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagan Gara gestoßen Er hatte eine Zuflucht auf Kobo Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte Okay, das überprüfen wir Wenn er etwas findet, bringt es mir Ich freue mich, wenn ich helfen kann Danke Euch beiden Gern geschehen, Kerl Hoffentlich findest du, wonach du suchst Möge die Macht mit euch sein Und mit dir Oh, was haben wir denn jetzt? Warte mal, lesen wir das erstmal Der versteckte Pfad Der geheime versteckte Pfad Bietet allen vom Imperium verfolgten Einschließlich der machtbegabten und politischen Gegner Sicherheit und neue Identitäten Mehrere Unterschlupfe Verbinden den Pfad Mehrere Unterschlüpfe Verbinden den Pfad Und die Kommunikation Ist auf einige beschränkt Die für ständig wechselnde Kontaktcodes erhalten Okay, also so Neue Identitätswechsel So, zerstörter Mond Und Tendalore Ich begleite dich zurück zur Mantis Neue Aufgabe Eine Aufgabe Zier erinnert Zier erinnert Kel daran Dass seine Bemühungen All die Jahre Nicht umsonst waren Kel erfährt von Vom versteckten Pfad Einer Organisation Die Machtbegabten Vor der Inquisition Schützt Zier und Merrin Denken Tendalore Könnte nicht nur Kel und seiner Familie Helfen Sondern auch Den Flüchtlingen Des versteckten Pfades Kommst du also nicht mit uns? Ich kann nicht So Sire Yunda Im Kreis ihrer treuen Anachocheten Will Sire Yunda Das Jedi Archiv Wieder aufbauen Sie versteht Den Auslöser Von Kelts Unerbittlichen Kampf Gegen das Imperium Hat selbst aber Einen anderen Weg Eingeschlagen Sie will Die Lehrerin Des Ordens Die Lehrerin Des Ordens Bewahren Und die nächste Generation Von Machtbegabten Durch den versteckten Pfadschützen Und noch mehr rein Jo Wiedersehen Ach Kapitel 3 Guckst du mal Also Wiedersehen Als die Gruppe Sears Basis Ändlich erreicht Wurden sie Zu BD1 Großer Freude Von Jedi Meister In Okorova Begrüßt Sicher in der Basis Trafen sie Auf Sear Welche dann Die Ziele Ihrer Gruppe Erläuterte Dem Wiederaufbau Des Jedi Archivs Und die Unterstützung Einer Organisation Namens Versteckter Pfad Die Machtbegabten Vorm Imperium Schützt Als die Crew Der Mendelsen Nach Jahren Erstmals Wieder zusammensaß Berichtete Kel Von der Suche Nach Tenalor Meister Korova Stets hilfsbereit Konnte zwei Orte Nennen Die vielleicht Die Frage Beantworteten Wie der Kobo Abyss Überwunden werden Kann Weiter geht's Glaubensrichtung Ob Jedi Von den Narcis Anarchiten Bis zum zentralen Iso Peter Jedi Ist die Heimat Verschiedenster Religiöser Gruppen Obwohl ihrer Überzeugung Sich drastisch Unterscheiden Schreiben Die meisten Dem Pilgermond Eine besondere Bedeutung Für die Macht Und die Galaxis Zu Okay das war's Jetzt Gehen wir mal kurz Einmal hier rum Ich nehme an Ihr habt beide Eussens Lämmer Studiert Ja Schwester In der Tat Schwester Dann könnt ihr mir Vielleicht das Paradox Im fünften Buch Erklären Eussen erforscht Die Antinomie Der Erleuchtung Das ist ein Paradoxon Über die Unvermeidbarkeit Von Zyklen Ich höre Erleuchtung wird Als Zyklus Brechend definiert Aber laut Kanon Muss man den Zyklus Durchleiden Um erleuchtet zu werden Je mehr wir den Zyklus Durchbrechen wollen Desto mehr Verkörpern wir ihn Denn indem wir ihn Akzeptieren Werden wir erleuchtet Und durchbrechen So den Zyklus Richtig Und was bedeutet das Ich finde Die Bedeutung ist klar Man findet nicht Durch Logik Zu wahrer Erleuchtung Ah Das Lämmer Beschäftigt Gelehrte seit Jahrhunderten Aber euch ist seine Bedeutung Völlig klar Also Ich Denkt an den Kanon Es gibt keine Wahrheit Außer der Wahrheit Aller Dinge Es gibt kein Wissen Außer der Macht Aller anderen Bruder Vielleicht solltest du Das fünfte Buch Noch einmal lesen Und wenn du schon dabei bist Die vorherigen gleich mit Ja Schwester Okay War das jetzt hilfreich Oder nicht Wo geht's da lang Also ich glaube Diese Basis Die steckt auch Voller Geheimnisse Guck mal Die muss schon Jahrhunderte Hier liegen So wie viel gibt's eigentlich Hier Elf Sammelobjekte Im Archiv Zwei haben wir jetzt gefunden Oh nee Geht nicht Ich brauch dafür Strom Oder irgendwie was anderes Mal gucken was das ist Ne Okay runter geht's Ja dann spreche ich jetzt Erstmal mit den Leuten Im Archiv Oder Kann ich mit euch sprechen Das sieht mir nicht danach aus Hallo Ne Okay Erstmal dann mit den Hauptcharakteren Er reden Okay Die werden mir irgendwas zeigen Der muss ich hinterher Wahrscheinlich hinterher laufen Dann So was hat Grease Zum Glück musstest du nicht Durch den Sturm fliegen Wie fühlt es sich an Wieder die Mantis zu steuern Als würde ich nach Hause kommen Warum dann das lange Gesicht Ich war zu lange weg Ich spüre meine Piloteninstinkte Kaum noch Ich weiß wie hart es ist Dinge wieder zu lernen Die man beiseite gelegt hat Das ist es wohl was Trotzdem Bereue ich es Dass ich die Mantis Je hinter mir gelassen habe Ich denke ständig Ich mache gleich einen Fehler Du bist gegangen Als du musstest Das kommt ganz schnell Wieder alles zurück Okay Okay Du bist ein guter Freund Kerl Mit meinem neuen Arm Ist Fliegen Ein bisschen anders Aber ich kriege das hin Hoffe ich Hey Die Antworten kennen nur Seer oder Meister Cordoba Nicht ich Rede mit ihnen Also wohin gehen wir zuerst Zurück nach Kobo Oder auf seinen Mond Oh Ich denke wir sollten uns Zuerst die Ansiedlung Aus der Zeit der Hohen Republik Ansehen Ja machen wir das Deggen Guerra Muss etwas zurückgelassen haben Bereit wenn du es bist Ja später Cordoba sagt Er hat euch gefunden Als er andere Jedi Überlebende suchte Ja Kaum zu glauben Dass uns das Schicksal Nach so langer Zeit Wieder zusammengeführt hat Wir hätten dieses Glück brauchen können Als wir das Holocron gesucht haben Ich weiß Glück oder Schicksal Ich freue mich Dass mein Meister lebt Und bei uns ist Ja Und wild entschlossen Das Vermächtnis der Jedi Zu bewahren Und sich dem Imperium Zu widersetzen Sieh dich im Archiv um Kerl Wir unterhalten uns später Das Archiv wächst Aber wir haben noch viel zu tun Dann halte ich euch nicht weiter auf Ah Kerl Ich hatte gehofft Wir könnten etwas besprechen Es gibt eine Stätte Eine ziemlich alte sogar Im Norden der Wüste In meinen frühen Tagen Auf Jeddah war ich dort Bevor die Präsenz Des Imperiums anstieg Was für eine Stätte? Eine die von Verehrern Der Machtnutzer gebaut wurde Wir wissen nur wenig über sie Aber ich fand die Erfahrung Recht faszinierend Vielleicht geht dir das auch so Wir werden es uns ansehen Kerl, mein Freund Hast du schon die Bekanntschaft Von Schwester Task gemacht? Ich glaube nicht Du solltest dich vorstellen Sie ist unsere leitende Archivare Und auch wenn sie es nicht zugibt Bin ich sicher Dass sie dich kennenlernen will Dann sollte ich sie besuchen Sehr gut Aber denk an deine Manieren Sie ist eine Narkis Durch und durch Habt ihr die Ruinen auf Jeddah erkundet? Ja Recht faszinierend Obgleich meine Anwesenheit Durch die wachsende Imperiale Präsenz Verkürzt wurde Jetzt Sind Operationen Draußen zu riskant Und wir senden Nur dann Nachrichten Wenn es unbedingt erforderlich ist Deshalb konnte ich dir Auch nicht mitteilen Dass ich zurück bin Mein Freund Ich bitte vielmals Um Entschuldigung Wir freuen uns einfach Dass es euch gut geht Bitte haltet mich Über eure Feldexpedition Auf dem Laufenden Meine Freunde Okay Gucken wir erstmal rein Wo gehen wir jetzt long Geradeaus Oder links rein Erstmal Dann muss ich auf die zweite Etage Also ich hätte nie gedacht Dass sie meine Bibliothekarin Werden ziehen Und ich hätte nie gedacht Dass sie sich niederlassen Und einen Salon führen So der nächste enge Gang Der uns in einen separaten Raum führt Die nächste Schriftrolle Ja die da hinten kriegt Hat noch nicht auf Ne BD hat auch soweit Nix zum scannen Okay Jetzt geht's lang Am Speicherpunkt vorbei Bei dem sprechen Ne Da wird ein Echo Schau mal Mitten im Raum Unübersehbar Unübersehbar Lange Zeit Zu einem Bruder Ich wollte noch erwähnen Wir haben gestern Zwei Dutzend Manuskripte gefunden Beeindruckend Alles aus dem nördlichen Lagerhaus Ja Die Imperialen hätten unsere Sucher fast entdeckt Aber wir kennen die Klippen Aber wir kennen die Klippen Gut Verzeih Aber höre ich da Gleichgültigkeit? Ich würde meinen Jeder Kontakt mit dem Imperium Ist von Interesse Gleichgültigkeit? Wohl kaum Schwester Ich zögere nur Unsere Tarnung Alleine unseren Fähigkeiten Zuzuschreiben Hast du ihre Visiere gesehen? Ja, richtig Peripheriesig Ist ein hoher Preis Für Sonnenschutz Ja Ja So, okay Da ist der Laden Da gehe ich gleich hin Brauch zu Was verbirgt sich hier? Ein Fahrstuhl Er geht nach oben Okay Dann doch erst der Laden Vielleicht, was sich dahinter verbirgt Der Werkband Schön Wohlkommen Heute ist mal eine andere Farbe dran So, welche darf es denn sein? Weiß Orange Indigo Maginac Heute ist mal Yellow dran Komm Heute ist Gelb dran Sieht schon mal gut aus Seid gegrüßt Jedi-Ritter Mein Name ist Schwester Tarsk Ich bin Kel Die Nachricht eurer Ankunft hat sich rasch verbreitet, o Edler Meisterin Janda schätzt euch sehr Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht Jeddah ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens Zusammen mit anderen Traditionen Solltet ihr auf Schriftrollen oder andere interessante Objekte stoßen Würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen Ich sage euch Bescheid wenn ich etwas finde Wir stehen in eurer Schuld, o Edler Seer sagt, ihr wurdet im Jedi-Tab Wester Tarsk Wester Tarsk ist ein Mitglied der Anarchiten eines religiösen Ordens Der es sich zur Aufgabe gemacht hat Wissen zu bewahren ...auf Coruscant ausgebildet Bis ich meisterte Pauls Padawan wurde Dann zogen wir los, um in den Klonkriegen zu dienen Denkt ihr oft an das Leben auf Coruscant? Ich versuche mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen Wie es vor dem Untergang des Ordens war Ich verstehe Dieses Leben ist so lange her Und so viel ist seitdem geschehen Die meisten Tage fühlt es sich an Als wäre es jemand anderem widerfahren Ich verstehe Zumindest ein wenig Danke Es war nicht meine Absicht Schlimme Erinnerungen aufzuwühlen Schon in Ordnung, Schwester Ich habe eine Frage Ihr wollt mehr über die maskierten Eremiten wissen Die eurer Mentorin helfen Bin ich Wir sind die Narkis-Anarchiten Wir studieren und verehren die Macht Wie sie sich in Wissen manifestiert Ihr seid Gelehrte? Wir sammeln Wissen Genau wie andere Gelehrte Ja Aber unsere Arbeit wird von dem Glauben gelenkt Dass Wissen eine universelle Wahrheit ausdrückt Durch Weisheit wollen wir das formlose Muster der Macht wahrnehmen Habt ihr verstanden? Ich kann die Beschreibung der Macht als formloses Muster nachvollziehen Obgleich ich sie anders wahrnehme In der Tat Und wir erleben die Macht nicht so wie ihr O Edler Okay Dann gucken wir mal Ob wir uns wieder eintauschen können Keine schlechte Auswahl Natürlich weckt das euer Interesse Was ist denn das? Auch ein Material fürs Pferd Cool Aber das ist Gelassenheit Und Ja Ich nehm das hier Die Weisheit Die ihr beschafft habt Ist ein Segen für uns alle Hier bitte sehr Das hat nur auf euch gewartet Kommt jederzeit wieder Junger Weiser Genau Das werden wir dann auch machen Da oben geht's noch weiter Bevor ich mit dem Fahrstuhl fahre Du bist die Reisende Hast du irgendein System gefunden Wo der lange Arm des Imperiums Nicht zu spüren ist? In keinem das ich besucht habe In dieser Wüste verstreut Befinden sich unzählige Ruinen Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf Für den Fahrt sein Ein neuer Ein neuer Fahrt Nach ihrer Wiedervereinigung Besprechen Seer und Merrin Wiedervahrt Einen sicheren Order Of Jeddah finden könnte Fahrstuhl Okay da fahren wir Fahrstuhl Also wir arbeiten uns Von unten nach oben vor Der Weg ist versiegelt Fremdling Okay wieso Es tut mir leid Jedi Das Tor muss geschlossen bleiben In der Nähe wurden Imperiale Patrouillen gesichtet Ich verstehe Die Patrouillen müssten bald durch sein Danach könnt ihr kommen und gehen Wie ihr wollt Verstehe Verstehe Bericht Schwester Wir haben auf dem Kammzell weitere Patrouillen geortet Wo sind sie hin? Zurück nach Süden Sie haben eines unserer Lager nun knüpfer fehlt Der Sandsturm spielt uns in die Karten Er hat vermutlich alle Spuren verwischt Behaltet den Horizont im Auge Kontaktiert mich wenn sie zurückkommen Ja Bruder Okay da geht's nicht durch So dann schauen wir uns erstmal hier um Weil hier scheint der Raum begrenzt zu sein Alte Aratec Speederbikes Während der Klonkrieger habe ich viele davon gesehen Ich bin aber nie eins gefahren Also fahren wäre auch cool ne Wenn man das könnte jetzt hier Also mir fehlt nur so ein bisschen richtig Mit X-Wing oder so In diesem Spielen Also das wäre der absolute Der absolute Knaller Solar Solar Also wie gesagt Wenn man hier noch fliegen könnte Y-Wing X-Wing Also so ein bisschen Der Mix aus Boden Also Planeten So wie Open World Hier und dann noch fliegen Also das wäre der absolute Burner bei dem Spiel Ja wie gesagt Da komme ich Und darf ich noch nicht vorbei Okay da unten ist die nächste Kugel Muss glaube ich so sein Ja So ja da unten Die Passage Wie gesagt Die ist noch Also die ist gesperrt Wie wird unser Weg hier lang Guck sie mal Da ist die Truhe Das ist glaube ich ein Speicherpunkt Sieh dir das mal an Unter mir ist ein Echo Aber wenn ich springe Bin ich tot Das müssen wir glaube ich so festhalten Also springen ist tot Das hält Okay. Wie kam es dazu, dass ihr und die Anakoreten dieses Archiv gebaut habt? Wir begannen unsere Arbeit in der heiligen Stadt Nijedda und bewahrten alles, was wir von der alten Jedi-Tradition finden konnten. Klingt nach einem gefährlichen Ort, um verbotene Lehren zu sammeln. Zu gefährlich. Nach einer knappen Begegnung mit dem Imperium überredete ich die Narkis hierher umzusiedeln. Wir fanden dieses verlassene Kloster und errichteten alles, was du jetzt siehst. Ich kann nicht glauben, dass ihr das alles in nur wenigen Jahren geschafft habt. Es war harte Arbeit. Aber sobald mir meine Berufung klar war, musste ich ihr folgen. Und das habt ihr getan. Es hat wehgetan, als ihr gegangen seid. Als hättet ihr uns mitten im Kampf im Stich gelassen. Ich weiß. Dabei wolltet ihr den Orden wiederherstellen. Das Verlorene neu aufbauen. Der Kampf war nie euer Ziel. Bist du sicher, dass er deines ist? Du kannst dich gern im Archiv umsehen. Ich brauche ein wenig Grease-Zeit. Okay, wo ist das Boot? So, okay. Dann gehen wir ihr mal nach, was Merrin hier für mich hat. Okay, dann gehen wir nach. Hei, Kerl, warte. Den ihr hab ich schon seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Du bist Maren, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst, also wenn du... Nicht nötig, Bode. Verstehe, du hast alles klar. Laster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Bode. Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Blaster-Kampfstil erhalten. Oha. Ey, das ist ja geil. Kerl kann jetzt im Kampf den Blaster-Kampfstil einsetzen. Der Blaster-Kampfstil gewährt Fernangriffe und verbesserte Blaster-Bolzen. Also, das ist ja jetzt geil. Das ist wirklich geil. Weil, da haben sie wirklich was von Star Wars Rebels reingebracht. Von der Animationsserie von 14 bis 18. Ähm. Ja. Also. Es ist wirklich geil, dass die dieses von Ezra Bridger da reingebracht haben. Dieses Future. Einfach cool. Ein echter Sturmtruppler steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Gut so. Nicht schlecht, Jedi. Das ist echt geil. Ich arbeite nicht für Sie. Natürlich. Mein Fehler. Ganz ruhig, Kerl. Konzentrier dich und drück den Abzug. Regeneriere Munition, indem du Blaster-Kampfstil mit dem Schwert triffst. Kampfstil wechseln. Also, ich bin, ich bin aber, ich finde es schon cool, dass sie das mit reingebracht haben. Aber ich bin halt immer noch so ein Fan, wie es einst Obi-Wan Kenobi gesagt hat. Ein Jedi trägt niemals einen Blaster. Ähm. Ja. Mach ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich bleibe wirklich bei meinem, äh, Kampfstil hier. Mit den zwei Schwertern. So finde ich es immer noch am besten und am attraktivsten. Wie das ist, wo Ahsoka so in den Kampf gestürmt ist. Mit den zwei Lichtschwertern. Okay, hier hinten gibt's nix zu holen. Also, das ist auch im ersten Teil schon immer so gewesen, dass du hinter die Mantis gar nicht mehr her konntest. Das ist eine kluge Operation, die sich Seer ausgedacht hat. Warum sagst du das? So viel Fels, eine natürliche Abschirmung gegen Sensoren. Und sollte jemand daran vorbeikommen, haben die Anakoreten jede Menge Holobücher als Wurfgeschosse. Jetzt weißt du, wie Seer dem Imperium so lange entkommen konnte. Sie sorgt selbst für ihr Glück. Sie hält einen großen Teil ihrer Macht zurück, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ja, in ihr Schlummer definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das habt ihr gemeinsam. Okay, wir plaudern später. Es ist schön, dich wiederzusehen, Maren. Dich auch, Cal. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Ich kann nicht glauben, dass Meister Cordova wirklich hier ist. Nach all der Zeit, in der ich in seine Fußstapfen getreten bin. Es war schön, ihn kennenzulernen. Ich kannte noch nie einen Jedi mit so viel Humor. Du kennst nur Seer und mich. Das stimmt. Sei vorsichtig. So, okay, dann geht's mal rein in die Mantis. Hier noch was Schönes zu machen. Da kann ich mir dann gleich das Reiseziel aussuchen. Aber wie gesagt, so ein bisschen X-Wing, Y-Wing, A-Wing, B-Wing, das wäre einfach cool, wäre das. In diesem Spiel, so als einzelne Missionen noch. So, ja, Werkbank haben wir eigentlich nicht. So, dann gehen wir mal mit dem Meditationspunkt. Ja, Fähigkeiten haben wir nicht mehr, deswegen gehen wir einfach mal auf Ausruhen. Irgendwann sind natürlich Respawn, aber ist Wurscht. Ja, Leute, also, das war heute mal eine kürzeste Folge. Wir haben es hier zur Basis gefunden, haben uns dort informiert und so weiter, was wir jetzt machen müssen. Und, ja, müssen dann nächsten Planeten fliegen in der nächsten Folge. Also, von meiner Seite aus, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Adios.